Hallo Leute, Chompis hier. Heute spiele ich Pink Heaven. Das ist, äh, was ist es? Ja, so ein Super Mario, ähm, in der Neuzeit. Also Pixel Art nennt man das wohl. Ich muss erstmal gucken, wie komme ich jetzt hier wieder zurück. Ich muss erstmal Einstellungen vornehmen hier, weil das blöde war. Ich muss hier die Z-Taste benutzen. Die Z-Taste ist aber natürlich, weil ich keine englische Tastatur habe, nach oben und, äh, die andere Taste zum Springen ist genau unten entgegengesetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, da müsste ich ja ständig mit der Hand hin und her flattern hier. Ist egal, ich will die gar nicht lange labern hier, ähm, ich sag mal, wir gehen los. Aber muss ich mit dem, muss ich da reinlaufen? Let's recap and sorry from last time. Last time. Ich kann nicht erkennen, was das darstellen soll, das ist das Problem. Ich spiele also wohl eine Frau, das soll eine Frau sein, oder ob es weiblich ist? Wait, 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 what's that? I have a crash, 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 I have a crash. Ne, andere Seite, da soll ich jetzt hin. Ja, welchen Gebiet, auch sehr süß. Das erinnert mich natürlich echt so an diese ganzen Konsolenspiele hier, äh, Siga, Master System und sowas alles, ne? Das Spiel gibt es leider nur auf Englisch oder auf Japanisch, so wie ich jetzt sehe, ne? Japanisch wird ja aber nur in Fragezeichen dargestellt. Naja, mein. Ich mein, im Moment ist es noch witzig, das ist natürlich so wie früher, so haben wir ja, wir älteren ja, also alle über 20 Jahre angefangen, so zu spielen hier. Ich spiele, äh. Ich glaub, weil meine Finger verkraften bin, wenn mein Mittelfinger gar nichts zu tun. Du, Shopkeeper, what? Man, man. Sollte echt ne Lady darstellen hier was Fancy meeting here Nee, was ist das denn? Woah, was ist das denn? The fuck? Sollte das wohl darstellen Oh Gott ey, ich kann sowas gar nicht an der Tastatur spielen, ehrlich gesagt Angeblich gibt's hier ein Voll-Controller, unterstütze ich hier meinen Controller angeschlossen Funktioniert überhaupt nicht, ich kann zwar hoch und runter drücken, aber die ganzen Aktionstasten funktionieren Nee, also muss ich an der Tastatur spielen, das ist natürlich ein bisschen Fingerverrenkung hier So Kann ich jetzt endlich mal was machen hier, ich glaub jetzt geht's los Okay, da kann ich ein Telefon, ich hab drei Leben, soll das wohl darstellen? Aha Ah, das war schießen, hier war springen Was ist das denn? Ich schieße Blumen, echt jetzt? Oh Gott, ich bin echt nicht gut und soll's Ist das böse das Ding? Ah, alles klar Ah fuck Das ist gar nicht so einfach Ich glaub ich hätte die Tasten genau anders rum machen sollen Oh shit ey Wie war jetzt springen? Ich hab's schon wieder vergessen Aber hier glaub ich ne, Uhr Und dann, okay, muss man abpassen, dass man hier nicht Hier Wo sind das nächste Ding? Ach so, die Wolken, stimmt Ich bin ja auf den Wolken unterwegs hier Cool Wie, ich geh mal davon aus noch einen Treffer und ich verende hier Ach so, das, das, das ähm Das spreche halt automatisch, wenn man, so wie man in den nächsten Raum betritt Oh, ich komm nicht klar hier mit der Tastatur Ja unten, wie man sieht, da steht noch Carol Blaster Äh, das ist aber wahrscheinlich nur die japanische Verzeichnung dafür Okay Okay Muss ich also zusehen, dass ich da irgendwie hochkomme Oh Gott, das ist doch kein Mensch Ah, der sieht böse aus da oben Ich geh davon aus, echt nur ein Treffer und das ist Feierabend hier Warte mal, ich kann nach oben schießen Wie mach ich das? Ah Okay Haha Oh Gott Das ist doch Super Mario mäßig Aber, ey, wann hab ich das letzte Mal Super Mario gespielt? Äh Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt Guck mal in den 90ern Ich weiß, ihr würdet das alles machen Aber ich... Wann hab ich das letzte Mal so ein Spiel gespielt? Ich bin voll fertig, ey Und das geht über mich Und man kann hier, das hat man das früher auch mal gemacht, ne? Rutspringen und dann... Ohhhh Ohhhh Aha, jeder Raum ist immer... Okay 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 Der ist weg Und dann kann der was finden Voll schön Shitty Ich mein, das ist witzig Aber ich kann das nicht so gar nicht so gut Wie war nochmal schießen? Es gibt ja nur 6 Tassen, die zu benutzen sind Da von 4 Steuerungstassen Wieso kann ich nicht so weit schießen? Ohhhh Ich hab schon wieder eins verloren hier Das Ding geht aber nicht kaputt Oh fuck auf, echt Ja, komm, jetzt rechts Mir ist echt langsam ungeduldig, ne? Okay Okay, das Ding ist jetzt weg Jetzt rechts mir rechts Ey, Mann Was soll der Pies? Das Problem ist... Zählst du mit den Tassen, die durchgehen? Komm immer noch durcheinander Fuck off Was gave over? Gib over deine Mutter, Mann Wie das war's jetzt? Kann ich nie wieder spielen hier, oder was? Boah! Okay, ich würd sagen Wir überspringen nochmal kurz Was für eine Scheiße, Mann